Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Lego City Undercover. Im letzten Part haben wir Lego City erreicht. Und jetzt müssen wir glaube ich einfach Frank Honey nachgehen und was auch immer der da oben tun will. Achso, schau auf das Wii U Gamepad. Achso, dann werde ich jetzt meine Kamera nehmen. Ich muss kurz warten und nur damit ich jetzt für mich weiß, wann ich das genau anblende, werde ich jetzt die Aufnahme starten. Okay, denn wir sollten, ich zeige euch das jetzt hier nämlich gerade, ich werde euch das wahrscheinlich irgendwo einblenden. Muss jetzt hier oben hin, okay. Da draufklicken. Läuft der Aufnahme ist abgebrochen und startet jetzt wieder. Danke. Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Diese irren, glupschigen Augen, die mir nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, okay. Aber nur mal, dass ihr es halt sieht. Und auf dem Gamepad passiert gerade gar nichts, okay. Das heißt, wir müssen, geht zum Büro des Chiefs. Okay, das machen wir mal. Und bis jetzt wird uns noch alles vorgeschrieben. Dann am ehesten im Büro des Chiefs. Du willst den Chief wecken? Okay. Wenn du damit fertig bist, hätte ich dann noch ein Wespennest für dich, in das du reinstechen könntest. Ha, ha, ha. Ich weiß, wie das geht. Oh, sorry. Okay, yes. Es wollte, dass es sich trinken. Nee, nee. War es aber nicht. Die Süßigkeiten haben nämlich Auer im Mund gemacht. Oh. Oh. Das war mein allerschlimmster Geburtstag. What the fuck, was ist das für eine Musik? Okay. Und warum rennt sie mir nach Frank Cunny? Aber auf jeden Fall muss ich ja nachgehen. Das kenne ich schon von Lego Pirates of the Caribbean im Übrigen. Das gibt es ja nämlich auch. Oh, lol. Und ich zerstöre mal wieder ein paar Dinge, denn das kann man auch immer gebrauchen. Was sind das? Sind das Videospieleautomaten? Ich glaube ja mal nicht. Aber egal. Aber ist ja schon... Geil. Ich gehe ja schon rein. Hör auf und dreh dich dauernd so, dann lass mich rein. Ja, dreh. Dreh, dreh, dreh. Ja, danke. Na los. Die Einsatzbesprechung, Chief. Wachen Sie auf. Okay. Ich schlag dich jetzt. Amonakum. Ich zerstöre halt einfach alles und er checkt's nicht. Was ist das jetzt? Dann versuch ich's mal mit richtig... Oh Gott. Fuck. Das wollte ich nicht, aber okay. Okay. Ich... Ich hab nur meine Augen entspannt. Und meine Arme. Und Beine. Oha. Du schon wieder. Toll. Besprechungsraum. Eine Minute. Komm schon, Leute. Ruhe, bitte. Hey, Harry. Wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es sechs oder doch nur fünf? Nun ja. Okay. Auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahren sollten. Rex Fury. Ist der riesig. Rex. Gelangt vor drei Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Also, Rex Fury hat sich schon im Alter von sechs Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte. Ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Unserem Durchbruch verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Vorab, den Rasenmäher, rechts ran! Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, hab ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forrest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Äh, ich hätte da noch eine Frage, Chief. War das mit der Bank jetzt gerade ein Easter Egg zu Batman The Dark Knight? Man weiß es nicht, man weiß es halt echt nicht. Denn da sind ja auch ganz am Anfang die, oder der Joker und halt seine Komplizen, oder seine Männer halt in, äh, Clownskostümen in die Bank eingebrochen. Wer weiß, wer weiß! Auf jeden Fall, ich schneide euch, glaube ich, wieder die Pausen raus. Oder, ja, das lädt halt echt extrem lange. Ich kann, wenn ich jetzt nochmal aufdenke, nochmal die Kamera einblenden. Ich glaube, die würde jetzt starten. Und da sehen wir hier jetzt, wie lang der Trick dauern würde. Wir haben hier nämlich nur einen kleinen Balken. Und der ist da auch gleich voll. Das heißt, ich schneide euch das nicht mehr. Oh, cool! Okay. Ja, schön. Und ich finde die Grafik, ja, die Grafik, die muss man schon mögen. Aber ich finde sie gar nicht, ich weiß nicht, sie ist bei den Lego-Spielen sowieso nicht so krass in letzter Zeit. Keine Ahnung, warum. Nein. Nein. Ist das dein Ernst, Honey? Oder Frank? Frank. Ich sag wie immer. Sag lieber Frank. Drücke und halte den Ort auf dem Bildschirm deines Kommunikators. Na los, versuch's mal! Was? Ich muss das jetzt einfach draufdrücken? Perfekt! Folge jetzt einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Ernsthaft. Läuft. Ich werde natürlich nicht jedes Mal das hier einblenden. Ich werde das jetzt... Okay. Ich werde das natürlich nicht jedes Mal einblenden hier. Aber halt schon zum Großteil. Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Nein. Oh Gott. Und die ganze Polizeieinheiten sind jetzt wahrscheinlich alle bei der Bank und ich muss nur hier hin. Ich muss einfach nur hier hin? Okay. Achso, bin ich jetzt auch bei der Bank. Hm. Keine Ahnung. Also, wo ich jetzt hingefahren bin, hab ich jetzt nicht so genau geschaut. Mit erobenen Händen rauskommen! Was zum Schlauen! Okay. Hä? Also, wie fahre ich Hilfe? Du hast es voll verlernt. Schöße! Okay, ich muss dich verfolgen, okay, ich fahre schon nach. Okay. Gott, um die Ecke, danke! Oh, komm! Kannst du nicht eine leichtere Route fahren? Und wieso? Auch so ein Krügertyp. Wart's. Noch mal eine rein. Nein, ich will kein Auto stimulieren, sondern nur... Oder halt, nur dein Auto. Okay, du bist drauf. Oh, Luft war... Bist neulich mal... Bist du jetzt weg? Wo bist du hin? What the fuck? Bei deinem Ehrgeiz musst du ziemlich gut bezahlt werden. Kann ich dich vielleicht viel Geld loswerden? Ich laufe den... Ach... Und ich hoffe, ich fange mich jetzt. Oh, Lord. Also... Ja, ja. Aber nur wieder Blödsinn. Schau auf das Gamepad. Ach so. Ach so. Wir werden angerufen. Ich... Ich... Das blende ich euch jetzt nicht ein. Ellie ruft wieder an. Ja. Ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu. Denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versau einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Wo meine Polizeidrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Wie geht das denn? Wie kann ich den Pfeifen? Wie kann ich den Pfeifen? Wie ist der? Ich habe keine Ahnung. L um vorbeifahren. Ah. Mit dieser Pfeife fährt mir kein Eiscremewagen mehr vor der Nase weg. Ja, ist ja egal. Steig einfach ein. Zu faul bin ich auch wieder nicht, dass ich... Ich bin nicht zu faul, um mir Eiscreme zu holen. Ich habe sie gar nicht gesehen. Und wo muss ich jetzt hin? Ja, genau. Das muss ich euch jetzt auch nicht alles... Oh, passt du bitte auf. Danke. Und er kann natürlich mal ein paar schöne Dinge zerstören. Ist ja nicht schlecht. Ist ja nicht. Müssen wir jetzt wieder zurück zur Police Station? Ach ja. Muss vielleicht. Wart's. Aussteigen auch? Ja. Lego City Polizeistation. Ach nee, müssen wir gar nicht. Ich bin nicht dumm. Ich steig mal wieder ein. Raus hier. Wir müssen hier rüber. Stimmt's? Genau hier. Ach so. Ja, ja, ja. Watz, watz noch ein paar Dinge zerstören. Und dann hätte ich jetzt theoretisch auch rauffahren können. Jo. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Jo. Wahrscheinlich. Äh. Geht's euch gut? Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown, Bankräuber? Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scansoftware deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Nimmst du sie fest? What? Freigeschaltet kriminelle Wawasken. Okay. Wir holen uns jetzt erstmal das Geld. Und wir sind Geldgeile YouTuber, wie schon gesagt. Okay, ich werde jetzt glaube ich wieder einfach die Kamera aktivieren. Und zwar jetzt werde ich jetzt mal die Kamera aktivieren. Und was? Ich muss hier hin. Und einfach A drücken. Geh da bitte hin und drück A. Achso, ich drück den falschen Knopf. Genius. Nur Polizisten können. Achso. Ah. Warum auch immer ich die ganze Zeit Zivilist war. Fragt mich echt nicht. Und fragt mich auch nicht, warum ich meine Kamera gerade falsch umhalte. Achso. Achso, ich muss mein Gamepad jetzt drehen. Na dann. Na dann. Na das ist scheiße. WTF. Oh lol. Holy shit. Möchte ich das auch irgendwie? Ich kann das nicht filmen. Nee, ich kann das echt nicht filmen. Das tut mir... Okay, das tut mir leid. Aber wie behindert ist das? Oh. What the fuck. Ähm. Muss ich jetzt? Aber jetzt mal jemanden gescannt, okay? WTF. Denk daran, die rote Markierung auf der Karte. Achso. Oh Gott, okay, dann kann ich das nicht filmen. Wird aber auch nicht so schlimm sein. Nee, das wird schon passen. Entzückend. Auch wenn ich es selbst sage. Haha. Wird schon passen. Oh, so weit ist es also gekommen, dass ich die Pflanzen eines Treffens bewässere. Kann ich das so stellen? Ja, natürlich. Noch ein bisschen. Wir holen uns zuerst Geld. Aber ich muss sagen, so schlecht sieht das Spiel ja gar nicht aus von der Grafik. Was sagt ihr alle Jungs? Kann ich da... Oh. Leel. Und hier kann ich jetzt einfach rein. Okay. Du hast mich fast erwischt. Na, 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 na. Da ist er halt echt. Spass, ey. Was machst du da unten, ey? Ich komm schon. Ich komm schon. Ich erwisch dich doch. Das ist auch so ein Pfosten. Der steht da einfach und läuft nicht weg. Du hast halt echt einen Pfosten. Ja. Du machst es mir echt nicht. Mach's gut. Ja, du machst es mir leicht. Das wollte ich eigentlich sagen. What the fuck, geh hier hoch. Danke. Und jetzt lauf ihn schnell nach. Oh, was macht er jetzt wieder? Hans klettert doch die... Oh. Kaputt gemacht. Oh. Oh, Junge. Ich hau dir so eine in die Friesen. Oh. Also ich muss wieder scannen. Wo denn? Ich lieb die Musik. Alter, was? Ich lieb die Musik. Okay. Wo? Ach so. Haradadam. Okay, ja. Oh. What the fuck? Muss das jetzt... Ach so. Oh. Verstehe. Komm. Leg hinten. Du's da drauf. Der Bad ist auch bald wieder vorbei. Nice. Oh, ich liebe solche Wasserpumpen. Die gibt's überhaupt noch. Solche richtig alten. Wo man noch so pumpen... Nein, wechsel nicht. Wo man noch so pumpen muss. Ich glaube ja gar nicht. Ich glaube halt echt, dass die echt nicht gibt. Muss das jetzt hier alles zerstören? Ja. Und wer hat bitte eine Pizza weggeworfen? Eine ganze einfach. Seid ihr eigentlich dumm? Und dann bist du da... Stehst du da jetzt auch drauf? Ja, natürlich. Geh bitte weg. Danke. Wie Chase halt einfach Zivilisten was tut. Läuft bei dem. Läuft bei dem auf jeden Fall. Läuft bei dem auf jeden Fall. Und... Ach so. Ich muss hier hoch. Bin ich dumm. Ich will dich... Ich will dich in dem Part noch fangen, dummer Clown. Oder was auch immer du darstellen sollst. Nice. Natürlich ein Clown. Oh. Und jetzt wachsen hier. Okay. Ist logisch. Und ich... Ich muss echt sagen. Ich liebe diese Wasserpumpen. Das sind halt so altältere. Die gab's halt früher. Bevor es die mit Strom betriebenen gab. Die sind schon sexy. Meine Oma hat so eine. Rauskommen und flossen. Wir hatten so eine nie glaube ich. Ne. Oh so ein Mist. Ja stimmt. Mein Opa hat so eine auch. Halt den Namen des Gesetzes. Oh lol. Warum läufst du weg? Bleib hier. Doch. Ich bin ein unschuldiger Clown. Ja ja. Unschuldig und Clown. Diese zwei Wörter können niemals in einen Satz vorkommen. Das gibt's gar nicht. Mag keine Clowns. Oh lol. Ich hab dich schon. Get wrecked. Wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Harte Tour bitte. Ähm. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen. Falls was schief läuft bei dem Überfall. Und kriege ich diesmal ne hübsche Zelle? Äh. Sicher. Wow. Das war wirklich die weiche Tour. Eigentlich wollte ich ja die harte machen. Aber ja. Was willst. Was. Was. Was machst du hier grad? Also Ellie ruft wieder an. Mein Timing ist verblüffend. Und ja. Er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ähm. Ich check mal meinen Kalender. Was machst du? Fahr da nicht dran. Ruf mich an wenn du ihn hast. Denke. Ich muss noch ne anderen. Oh. Wo bin ich gerade? Hey jo. Der schaut nun einmal nur auf die Karte am Gamepad und der fährt mir gleich irgendwo an. Das gibt's ja gar nicht. Wie kommen wir die 50.000 noch in dem Park hin? Also. Lego Steiner. Oder. Ja. Wie. 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 Was ist da der Unterschied zwischen den beiden hier? Ich hab keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich glaube ich sag so. Das eine sind auf jeden Fall. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Gibt's ja einen Unterschied? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben wenn ihr das wisst. Vielleicht. Irgendwann steht's da auf jeden Fall. Ach ja stimmt. Das andere sind Stats und das andere sind Lego Steine. Ich hab schon. Okay. Wir sind jetzt ein Hafen. Läuft. Wir fahren das schön und das war Absicht. Das war jetzt echt Absicht. Also nicht glauben ich bin hier dumm. Oder so. Ne. Ich bin zwar dumm aber ich brauche das jetzt nicht glauben. Was ist der jetzt hoch? Oh. Wie komm ich da jetzt hoch? Ach so. Und Möwen. Hi. Schönes Detail. Und hier muss ich etwa vier scannen. Ach come on. So gleich kommst du wieder im Gamepad. Ich will nicht. Muss ich hier jetzt wieder. Ollo. Da vorne. Na klasse. Wie soll ich denn da reinkommen? Indem du dich denn irgendwo da rein. Okay. Ich. Ich schau einfach mal. Wir werden da reinkommen. Ah. Ich würde euch das heute gerne zeigen. Das ist ja auch dumm denn ich muss das Gamepad auch bewegen und kann sich nur liegen lassen. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich muss das Tor aufkriegen. Mach ich doch gern. Prima. Mir nach. Wird mir nämlich auch helfen. Gut. Was heißt hier nach? Warte mal. Erstmal wieder Geld holen. Denn wir haben jetzt hier 50.000 Stats. Geil. 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 Stellen Sie sich auf die Kisten. Ich hebe sie an. Oh. Steh schon drauf. Oh. Nö. Nein. Ich will erst mal Geld holen. Das ist gehen Sie sicherheitsvoll. Okay. Hier kann ich auch rein. Okay. Achso. Ich komme jetzt wahrscheinlich durch. Also da durch. Okay. Okay. Verstehe ich schon. Durch da. Oh. Das kann ich nicht zerstören. Aber das kann ich aktivieren. Und jetzt wird wahrscheinlich die Tür aufgehen. Stimmt. Jo. Genau. Alright. Und hier geht es jetzt auch auf. Bitte schon. weg. Direkt aus meiner Hand. Und wir sind durch. Achso. Hier kann ich noch weiter scannen. Das machen wir noch. Und dann ist das auch schon. Was ist das auch schon für den Part? Kann ich da rüber? Achso. Geh da. Geh da raus. Geh bitte raus. Hier kann ich ja gar nicht raus oder so. Achso. Ach nö. Kann ich den jetzt ernsthaft nicht holen? Lol. Warum nicht? Boah du bist halt echt fies. Spiel du bist fies und ich muss hier vorne ein Land schwimmen. Ich würde aber sagen dass es das für den Part war. Und ich werde auch sagen. Wenn euch gefallen hat. Daumen hoch und so weiter. Und das war jetzt gleich erst der zweite Part. Ja. Da geht schon was. Auf jedenfall haut rein bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und im nächsten Part schauen wir uns das Schiff hier genau waren und ja Schuh im einen Moment habe ich einen